Eine Vaginalinfektion ist kein Tabuthema. Wenn Krankheitserreger oder ein geschwächtes Immunsystem die natürliche Bakterienkultur aus der Balance bringen, dann kann das zu unangenehmen Symptomen wie Brennen oder Juckreiz führen. Doch zum Glück gibt es jetzt schnelle Hilfe durch das Octinicept Vaginaltherapeutikum mit dem Wirkstoff Octinidin. Dank einzigartiger Anwendung und nur sieben Tagen Behandlungsdauer kommt die natürliche Flora schnell wieder ins Gleichgewicht und ich kann mich wieder wohl in meiner Haut fühlen. Danke Octinicept. Octinicept Vaginaltherapeutikum. Sanfte Wirkung, einzigartige Anwendung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Parkungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.